Die Abteilung der Abteilung Fünfzehn Jahre, Bastard. Hey! Du gehst auf ewig in den Bau. Sieh nicht lieber vor, Judge. Light it! Light it! Light it! Toll, in charge. Bleib mir vom Leid. Achtung, Zivilisten! Nur eine Zeit für die Statistik mal. Aaaaah! Aaaaah! Dr. Icos hat angeordnet, dass die Einrichtung für alle Besucher geschlossen bleibt. Liberale Weicheier. Zeit, ein bisschen Justiz auszuüben. Arme Gerechtigkeit für alle! Arme Gerechtigkeit für alle! Tod oder lebendig? Du kommst mit mir! Das ist übel! Ich loch dich ein! 15, keine Berufung! Zehn Jahre Gesetzesbrecher! Ich grüße Sie! Lebenswänglich! Den Schlüssel werfen wir weg! Ich verklage das System! Du gehst in den Bau! Zehn Jahre! Das war ein Fehler! Du gehst für zehn Jahre in den Bau! Nicht in den Bau! Da werde ich warum! Zehn Jahre Gesetzesbrecher! Ich verklage das System! In dieser Stadt hat das Gesetz einen Preis! Weiter zu! Der Preis ist die Freiheit! Hershey will, dass Sie alle verhaften, die die Hallen der Gerechtigkeit mit Graffiti verunzieren, um ein Exempel zu statuieren! Das war ein Fehler! Das war ein Fehler! Du gehst für zehn Jahre in den Bau! Hey! Eine Ehre für Ihre Uniform! Die Plotport! Wir brauchen schon mehr Welt im Netz nicht so lecker schmeckt! Warte auf die Tutorial Tür! Die Toten sind auferstanden und legen das Megakaufhaus in Trümmer. Wahrscheinlich hat Judge Death etwas mit der Sache zu tun. Ich kümmere mich darum, Central. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie etwas von den dunklen Judges hören. Alle funktionierenden Feuertüren sind fest versiegelt. Aber es gibt nach wie vor ein oder zwei Durchgänge. Tod oder lebendig. Der Gerechtigkeit wird genüge getragen. Willkommen im Megakaufhaus. Fühlen Sie eine innere Leere? Warum füllen Sie sie nicht mit einigen Überflüssigkeitkäufen? Ich habe sie verraten. Ich habe sie verraten. Ich habe sie verraten. Soh! Forschungen des Mega-Kaufhauses haben bewiesen, dass Einkaufen ihr Immunsystem stärkt, ihre Sehstärke verbessert und sogar den Kostelinspiegel senkt. Dieses zügellose Konsumdenken geht mir voll auf den Senkel. Central, hier Dredd. Central? Drog, kein Signal hier unten. Drog. Das war's für heute. Jaaah! Das war's für heute. Achtung! Arm zu mir! Tritt mir gegen und spür die Gerechtigkeit des Todes! Du wirst dir noch wünschen, du wärst weiterhin weggeschlossen, Vier!